Hallo, mein Name ist Aaron Conroy. Ich bin Pressesprecher von Pentex Global Holding und ich lade Sie ein zu dieser kleinen Information. Wir von Pentex werden häufig gefragt, wie schaffen Sie das eigentlich? Wie schaffen Sie das, so viele zufriedene Kunden zu haben auf so vielen Gebieten? Denn das ist Pentex. Pentex ist alles, was Sie glücklich macht. Angefangen bei unserem größten Konzern Andron Oil, dem Treibstoff der Zukunft, über Magadon Pharmazeutics. We build a better you. Aber auch die kleinen Firmen gehören zur Familie Pentex. Da ist zum Beispiel Telos Software AG oder Avalon Inc. Spielzeuge und mehr. Und ich wette, auch Sie sind schon in Genuss von Pentex gekommen, ob Sie nun mit der Familie in einem der vielen Otulis Restaurants gegessen haben oder abends zu Hause einfach ein King's Brew genossen haben. Das mit der Karte klappt nicht. Die hasst mich. Natürlich erreichen uns auch kritische Stimmen und wir müssen uns immer wieder mit Vorwürfen auseinandersetzen von sogenannten Umweltorganisationen und Earth First Initiativen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn es Pentex nicht gäbe, dann ging es uns doch allen viele schlechter. Doch der Erfolg gibt uns Recht. Alles. Vertrauen Sie weiter auf die große Familie von Pentex Holding Und seien sich bewusst, wir sind überall für sie da. Wieso musst ich die Katze nochmal halten? Scheint das zu ahnen. Ja, benimm dich mal, du bist im Fernsehen. Da, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Peinlich, oder? Ja, wie so ein Baby.